Servus Freunde und willkommen zurück bei Shisha WG. Ich habe heute ein sehr sehr wichtiges Video, das hoffentlich sehr vielen Leuten weiterhelfen können wird. Ich hoffe es auf jeden Fall, heute geht es um Anfängertipps zum Shisha rauchen, Dinge die ihr beachten müsst, Dinge die ihr wissen solltet und einfach grundlegend noch mit ein paar Mythen aufräumen. Ich hoffe, dass das ein sehr sehr guter Einstieg wird für die Leute, die jetzt mit dem Shisha rauchen starten wollen, vielleicht gerade ihre erste Pfeife gekauft haben oder noch kurz vor dem Kauf ihrer ersten Pfeife stehen. Es sind auch noch ein paar Tipps dabei, die wahrscheinlich auch noch für fortgeschrittene Leute sehr sehr interessant werden können. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass die Tipps in dem Video euch weiterhelfen beim Shisha rauchen. So, bevor wir anfangen, aber erst noch kurz ein paar Worte zu meinem Setup, Leute. Weil ich weiß, dass die Fragen immer wieder aufkommen und wenn ich die Frage erst nach 5 Minuten beantworte, bin ich mir sicher, dass ich unten in den Kommentaren schon wieder Fragen finde, wie was das für eine Pfeife, welcher Kopf es ist, deswegen klären wir das kurz. Ich rauche gerade auf der The Hooker Medusa mit dem integrierten Molasse-Fänger mit meinem Mahala Invoke V2. Mit dem goldenen Streifen gibt es ihn leider nicht, aber ohne den goldenen Streifen könnt ihr ihn bekommen. Der Aufsatz ist eine Smokebox, der sogenannte Calout Lotus 1+. Als Tabak habe ich gerade den Eiskaktus drin und das Mundstück ist das mitgelieferte von der Pfeife. So, nachdem die Frage nach dem Setup erstmal geklärt ist, kommen wir auch schon zu dem ersten Tipp. Der erste Tipp ist erstmal der grundlegende Aufbau von der Pfeife und da geht erstmal der größte Tipp raus. Leute, wenn ihr euch eine Pfeife kauft und ihr seid euch nicht ganz sicher, wie man die aufbaut, einfach mal den Namen der Pfeife auf YouTube eingeben. Aber grundlegend ist eine Pfeife mal gleich aufgebaut. Ihr habt unten eine Bowl, dann oben drauf eine Base, entweder die ist gesteckt oder geschraubt. An der Base geht nach unten weg das Tauchrohr, das dann im Wasser hängt, nach oben weg die Rauchsäule. An der Base sind zwischen ein und, es gibt auch Pfeifen mit acht, aber meistens zwischen ein und vier Anschlüssen. Oben drauf habt ihr meistens den Kohleteller, auf dem ist der Kopfadapter und auf den packt ihr dann eben euren Kopf mit eurem Lieblingsaufsatz. Es gibt gewisse Abweichungen, je nach Pfeife und Modell ist vielleicht noch was zu beachten bei den Kugeln und so weiter, also für ein besonderes Entlüftungssystem oder so. Aber grundlegend ist jede Pfeife ungefähr so aufgebaut. Tipp Nummer zwei richtet sich vor allem an die Leute, die sich jetzt eine Pfeife kaufen wollen und vielleicht irgendwo von einem Freund gehört haben, die auf jeden Fall eine große Pfeife kaufen, weil die rauchen viel, viel besser. Das ist ein kompletter Mythos, Leute. Theoretisch rauchen sogar kleine Pfeifen besser, weil der Rauch einen kürzeren Weg zu euch in die Lunge braucht. Und Rauch, ihr seht es ja, wenn ihr ausatmet, je länger der an der Luft ist, umso mehr verflüchtigt er sich. Deswegen kleine Pfeifen tendenziell besser, aber es macht nur einen sehr, sehr, sehr kleinen Unterschied. Also große wie auch kleine Pfeifen rauchen in der Regel komplett gleich. Noch ein anderer Mythos, mit dem ich aufräumen will, sind verschiedene Flüssigkeiten in der Ball. Grundlegend, eure Flüssigkeit, meistens Wasser, verdampft nicht. Es ist kein Wasserdampf, den hier inhaliert, es ist verdampfende Molasse aus dem Kopf. Deswegen ist das auch eigentlich der wichtigste Part. Solange eure Pfeife angenehm verarbeitet ist, also keine komischen Rückstände hat und dicht ist, ist die Pfeife erstmal relativ egal. Viel wichtiger ist das, was hier oben drauf passiert. Aber es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja mit Milch in der Bowl ist der Rauch dichter. Ist Quatsch, Leute. Gewisse Sachen kann man tatsächlich schmecken. Also wenn man Wodka in die Bowl macht, übrigens gab es dazu mal ein Video. Das merkt man auf jeden Fall. Vor allem in der Lunge, weil es einfach sich anfühlt, als würde die Lunge zerreißen. Aber tendenziell Leute, benutzt einfach Wasser, dann ist alles gut. Das Wasser ist nur dazu da, um den Rauch ein kleines bisschen runter zu kühlen. Theoretisch kann man auch ohne Wasser rauchen. Der filtert nichts. Er kühlt wie gesagt nur ein bisschen. Und bei dem Weg, den der Shisha-Rauch geht, es wäre ein bisschen wärmer ohne Wasser, aber es wäre auch nicht unrauchbar. Und wo wir schon beim Wasser sind, kommen wir zum nächsten Tipp. Und das ist der Wasserstand. Auch eine Frage, die ich sehr, sehr oft noch auf Instagram bekomme. Übrigens, Shoutout, schaut gerne mal auf Insta vorbei. Da seht ihr immer, was ich so tagtäglich rauche, was ich aktuell anhabe, was ich aktuell teste. Was vielleicht auch bald auf YouTube kommen könnte. Bin ich immer offen für Vorschläge, Fragen, Anregungen, jeglicher Art. Also schaut da gerne mal vorbei. Aber da bekomme ich sehr, sehr oft die Frage, wie viel Wasser muss denn rein. Und es gibt eine Faustregel. Und die Faustregel ist einfach so einen Daumenbreit über das Tauchrohr unten. Es gibt gewisse Abweichungen. Mit einem Daumenbreit seid ihr eigentlich immer safe. Man kann sagen, wenn man einen Diffusor dran hat, also das Teil, das unten ans Tauchrohr kommt, dass das Blubbern von der Pfeife verhindert. Was zum Beispiel auch jetzt an meiner gerade dran ist. Das heißt, wenn ich ziehe, hört ihr kein krasses Blubbern, sondern eher so ein gleichmäßigeres. Verhindert übrigens auch, dass man krasse Wasservibrationen beim Ziehen spürt. Es fühlt sich dann einfach ein bisschen smoother an beim Ziehen. Und wenn man einen Diffusor hat, dann blubbert das Wasser, wie gesagt, weniger. Das heißt, der Wasserstand ist konstanter. Und dann kann man den sogar noch mal so ein bisschen weiter runter. Dann reicht manchmal auch so ein kleiner Finger oder manchmal sogar noch weniger. Mein Tipp da aber auf jeden Fall an der Stelle, probiert es einfach aus, Leute. Ihr merkt das, ihr hört das, wenn ihr Luft zieht. Und dann wisst ihr, okay, das war jetzt zu wenig Wasser. Aber Daumenbreit Wasser, übers Tauchrohrende unten und dann seid ihr eigentlich immer safe. Der nächste Tipp kommt wieder von der Frage, die ich sehr, sehr oft auf Instagram bekomme. Eine Frage, die für Leute, die schon länger Shisha rauchen, meistens relativ doof wirkt, sage ich mal. Aber für viele Anfänger wirklich nicht klar ist am Anfang. Und deswegen auch noch mal hier in diesem Tipps-Video für Shisha-Anfänger das Kugelsystem. Wenn ihr eine Pfeife mit einem Anschluss habt und auf der anderen Seite ein Entlüftungsventil, dann muss die Kugel nur in das Entlüftungsventil und nicht in euren Anschluss. Wenn ihr eine Pfeife mit mehreren Schlauchanschlüssen habt, gibt es zwei mögliche Szenarien. Das ist einmal, ihr raucht alleine. Dann muss in jeden Anschluss eine Kugel rein, den ihr nicht benutzt. Sprich nur in den einen, den ihr gerade benutzt. Und es funktioniert auch nur alleine. Da könnt ihr die Kugel rausnehmen. Was bringt das? Meistens ein kleines bisschen besseren Durchzug. Und außerdem das hier. Man kann entlüften. Wenn ihr mit mehreren Leuten mit einer Pfeife Rauch, die mehrere Anschlüsse haben, dann muss in jedem Anschluss eine Kugel sein. Ansonsten müsst ihr mal zuhalten, sonst zieht ihr andere Luft durch euren Schlauch und ihr habt weniger Rauch und weniger Geschmack. Und keins von beiden will jeder Shisha-Raucher. Also grob zusammengefasst, raucht ihr alleine, muss in eurem Anschluss keine Kugel drin sein. Raucht ihr mit mehreren Leuten, muss in jedem Anschluss eine Kugel sein. Nicht nur die, die benutzt werden, in allen. Und dann habt ihr das Kugelsystem gelöst. Es ist bestimmt schon einigen Leuten passiert, die haben irgendwo eine Kugel rausgenommen, weil sie gehört haben, dann kann man entlüften und dann zieht ihr dadurch Luft rein. Und dann raucht es nicht mehr so gut. Deswegen, der Tipp auf jeden Fall musste sein. So Leute, zwischendrin doch mal kurz der Shoutout. Die meisten wissen schon Bescheid, aber 50% der Leute haben immer noch kein Abo da gelassen. Und ich habe einen Traum auf YouTube, ich habe ein ganz klares Ziel auf YouTube. A, ich würde euch helfen, besser Pfeife zu rauchen. Aber B, ich würde irgendwann unglaublich gerne hier hinter mir an der Wand den silbernen Playbutton, den 100.000 Abonnenten Creator Award an die Wand hängen. Wenn man 100.000 Abonnenten hat, schickt einem YouTube so eine Platte zu, wo der Channel Name draufsteht. Mit dem Achievement 100.000 Abonnenten. Das ist mein Ziel. Also wenn ihr mich dabei ein bisschen unterstützen wollt, ganz einfach, einfach unter dem Video kostenlos ein Abo da lassen. Würde mich unglaublich unterstützen. Und ihr kriegt auch immer Bescheid gesagt, wenn ich neue Videos mache. Also eigentlich eine Win-Win-Situation. Aber Leute, Shoutout an alle, die ein Abo da lassen. Dickes, dickes Dankeschön dafür auf jeden Fall. Und jetzt geht es auch weiter mit dem Video. Eine weitere Frage, die sehr, sehr oft kommt, ist, wie oft machst du denn deine Pfeife sauber? Und wie machst du die sauber? Und woher weißt du, wann du die sauber machst? Und so weiter. Pauschal gesagt, Leute. Am Ende jeden Tages oder am Anfang, bevor ich rauche, spüle ich meine Pfeife einmal durch. Also entweder vor der Benutzung oder nach der Benutzung über den Tag, mache ich sie einmal kurz sporadisch sauber. Heißt, ich nehme die kurz auseinander, mache mir neues Wasser in die Bowl, halte einmal die Rauchsäule so komplett unter den Wasserhahn, lasse da einmal ordentlich Wasser durchlaufen und vielleicht manchmal noch ein, zwei Spritzer von so einem Reinigungsmittel und dann ist das alles safe. Wenn ihr merkt jetzt über die Zeit, okay, irgendwie hängt sich da ein Geschmack fest, dann mache ich die Pfeife ordentlich sauber. Was heißt ordentlich sauber machen? Ich nehme alle Teile auseinander, spüle die ordentlich durch, gehe mit einer kleinen Bürste durch die Rauchsäule, durchs Tauchrohr, mache auch den Schlauch sauber, lasse da Wasser mit ein bisschen Spüli oder einem Shisha-Reiniger durchlaufen, lasse durch die Pfeife ordentlich Spülmittel laufen oder wieder einen Shisha-Reiniger und dann eben ordentlich mit den Bürsten schrubben, dann das Ganze schön trocknen lassen, nochmal ein bisschen abtrocknen, also gucken, dass alles trocken ist und dann wieder zusammenschrauben und dann passt das. Also, grobe Reinigung bei mir immer vor oder nach der Benutzung, je nachdem, wenn ich es danach nicht sauber gemacht habe, muss ich es vor dem nächsten Tag machen oder ich mache es einfach abends, wenn ich fertig bin mit Rauchen, nachdem ich meine drei, vier Köpfchen am Tag geraucht habe, mache ich die Pfeife einfach gerade noch sauber, lasse die über Nacht trocknen, einfach auf der Spüle und dann baue ich sie am nächsten Tag wieder zusammen, mache frisches Wasser rein und dann kann es wieder losgehen. So pauschal kann man das sagen. Aber das hängt auch ein bisschen an euch, ihr könntet sie natürlich seltener putzen, dann habt ihr aber vielleicht noch Geschmack drin hängen, ihr könntet sie auch häufiger putzen, wenn euch das wichtig ist, kann man auf jeden Fall machen. Schadet nicht. So, nachdem wir ein bisschen über die Pflege eurer Pfeife gesprochen haben, kommen wir jetzt so langsam ans Eingemachte und die Dinge, die ihr zum Rauchen braucht. Ganz wichtig ist natürlich als erster Punkt Kohle. Leute, wenn ihr überlegt, Pfeife zu rauchen und ihr habt keinen Bock auf so eine Herdplatte oder sowas und tendiert gerade eher so zu selbstsünder Kohle, weil es super einfach ist und schnell geht, bitte, bitte, bitte lasst das. Selbstsünderkohle hat eine ekelhafte Chemie-Schicht außenrum. Wahrscheinlich ist die auch noch tausendmal schädlicher als Pfeife rauchen, so wie es so schon ist. Außerdem schmeckt es absolut beschissen, es stinkt, ihr solltet das drinnen absolut nicht machen. Also wenn ihr mit dem Gedanken spielt, Selbstsünder zu benutzen, dann bitte nur Selbstsünder benutzen, um Naturkohle anzumachen. Was ist Naturkohle? Das ist aus Kokosnusschalen gepresste Kohle, die hat keinen Eigengeschmack, die hat möglichst wenig Schadstoffe drinnen, und ist vor allem einfach geschmacksneutral. Das heißt, ihr schmeckt die Kohle nicht beim Rauchen. Und wenn ihr eure Kohle anmacht, dann achtet auf jeden Fall darauf, dass sie absolut keine schwarzen Stellen mehr rundherum hat, dass sie komplett durchgeglüht ist, weil auch wenn Naturkohle nicht komplett durchgeglüht ist, könnte sie einen leichten Eigengeschmack haben. Deswegen auf jeden Fall ordentlich anmachen. Lieber eine Minute zu lange auf dem Anzünder und irgendwann Kohle nachlegen, als zu kurz auf dem Anzünder und dann geht sie euch aus oder es schmeckt komisch. Und das wollt ihr nicht. Der nächste Tipp und wahrscheinlich die absolut wichtigste Kategorie, über die wir heute reden werden. Der Kopfbau. Kopfbau kann man jetzt eigentlich nicht pauschal ausdrücken, weil verschiedene Köpfe brauchen verschiedene Bauarten. Einen Funnel baut man ganz, ganz anders als einen Tonkopf mit einem Kamin. Da der große Tipp, Leute. Guckt mal auf dem Channel vorbei oder wenn ihr bei mir nichts findet, sucht einfach mal auf YouTube. Es gibt sehr, sehr viele Shisha-Youtuber, die gute Kopfbaut-Tutorials rausbringen, die euch zeigen, wie man den Kopf optimal baut. Aber an der Stelle nochmal an die Leute, die jetzt noch nichts gekauft haben, wirklich gebt lieber 20 Euro weniger für eure Pfeife aus und dafür 20 Euro mehr für euer Kopfset. Es ist viel, viel wichtiger, einen guten Kopf mit einem guten Aufsatz zu haben, als eine Pfeife, die irgendwie ein bisschen fancy ist oder irgendwas Besonderes noch dabei hat. Wirklich ist es viel, viel wichtiger, einen guten Kopf zu haben, weil das entscheidet wirklich alles. Solange eure Pfeife dicht ist, ist sie fast egal. Ein weiterer Punkt, der mit dem Kopfbaustark zusammenhängt, ist Hitzemanagement. Ich kriege oft die Frage so, ja, wie viel Kohlen benutzt du denn in deinem K-Laut? Kann man einfach nicht pauschal sagen, Leute. Wenn ihr jetzt einen Funnel in einem Abstandsetup bauen würdet, ja, das heißt, zwischen der Smokebox und dem Tabak ist noch eine kleine Luftschicht, dann braucht ihr tendenziell mehr Kohle in eurem K-Laut, als, wie zum Beispiel bei mir, mit einem Kontaktsetup. Das heißt, meine Smokebox, die hier oben drauf sitzt, die hängt wirklich im Tabak. Dadurch geht die Hitze viel direkter in den Tabak und ich brauche weniger Kohle drin. Das heißt, wenn ihr auf Instagram jemanden mit zweieinhalb Kohlen rauchen seht und ihr raucht dann aber ein Kontaktsetup und mit zweieinhalb Kohlen verbrennt euch euer Kopf sofort, dann wisst ihr, das war zu viel Hitze. Mein Tipp, fangt erstmal lieber mit zu wenig Kohle an. Die Kohle auf einem Kamin zum Beispiel erstmal ganz weit nach außen, vielleicht noch mit auf die Streben, vielleicht noch am Rand kippen oder so, dass erstmal weniger Hitze an den Kopf kommt. Wenn das zu wenig ist, und das könnte der Fall sein, dann legt ihr die Kohle komplett auf den Kamin oder zum Beispiel bei einer Smokebox, fangt mit zwei Kohlen drin an. Wenn ihr merkt, das ist zu viel Hitze und es verbrennt euch, dann legt eine rein, eine auf Kipp, später vielleicht zwei rein. Aber Leute, das ist ein Punkt, das muss einfach bei euch mit der Erfahrung kommen. Das kann man nicht pauschal ausdrücken, weil auch wenn ihr mir ein Bild von eurem Kopfbaut zeigt, weiß ich nicht genau, wie dense, also wie kompakt gebaut oder wie fluffig gebaut ist das gerade. Manchmal kann man die Höhe nicht so gut erkennen. Also long story short, man kann nicht pauschal sagen, wie viel Kohle auf so einen Kopf muss und wann man eine nachlegen muss. Das ist so ein Ding, das müsst ihr einfach über die Erfahrung, über die Zeit lernen. Aber mein Tipp, nehmt lieber erst mal ein bisschen zu wenig Kohle, weil das Schlimmste, was dann passieren kann, ist es raucht nicht so gut, dann legt ihr einfach noch Kohle nach. Aber wenn ihr einmal so einen Kopf richtig verbrannt habt, dann ist der fast nicht mehr zu retten. Also wenn ihr gerade so am Anfang vom Verbrennen ist, kann man noch schnell eine Kohle runternehmen, kann noch mal pusten, ein bisschen frische Luft dran, dann kann man es noch retten, mit Glück. Aber wenn so ein Kopf mal wirklich verbrannt ist, dann ist einfach Ripp, dann könnt ihr einen neuen Kopf bauen, dann ist euer Tabak für den Arsch, den könnt ihr wegwerfen und müsst alles von vorne machen. Also lieber mit weniger Hitze anfangen, langsam hochsteigern und gucken, wie viel Hitze euer Kopf verträgt, so wie ihr den baut. Eine andere Frage, die ich unbedingt mal in einem Video ansprechen wollte und sie passt wie die Faust aufs Auge in dieses Video hier rein, ist die Frage nach Anfängertabak. Leute, sowas wie Anfängertabak gibt es pauschal nicht. Also man kann nicht einfach sagen, das ist definitiv der beste Anfängertabak, den es jemals gab und jeder Anfänger kann den absolut rauchen, das ist gar kein Problem. Was man allerdings sagen kann ist, es gibt verschiedene Tabakqualitätsstufen und verschiedene Tabakpflanzen. Das meiste, was für Shisha-Tabak benutzt wird, ist Virginia-Tabak, ist dieser sehr helle Tabak, den kennt man ja, aber auch den gibt es in verschiedenen Qualitätsstufen. Tendenziell kann man sagen, je heller der Tabak ist, desto weniger Nikotin hat er, weil er häufiger gewaschen wurde oder einfach eine bessere Qualität hat. Und dunklerer Tabak oder vor allem Burley-Tabak hat deutlich mehr Nikotin und hat auch einen Grundtabak-Geschmack, der Anfängern meistens nicht so gut gefällt. Deswegen mein Tipp, nur mal ein paar Marken zu nennen, aber das sind nicht nur diese Marken. Alles, was hier in diesen typischen Almasiva, Nameless-Dosen kommt, ist eigentlich immer sehr, sehr gut für Anfänger geeignet. Also Almasiva, Holster, Nameless, Aus und bestimmt noch viele weitere, ich will jetzt niemandem auf die Füße treten, das waren einfach gerade nur die ersten paar, die mir in den Kopf gekommen sind, aber ihr wisst schon, welche Dosen ich meine. Die sind eigentlich immer sehr, sehr niedrig von ihrem Nikotingehalt und sehr, sehr bekömmlich für Anfänger. An der Stelle, Leute, schaut euch nochmal das andere Video zu den Anfängertipps an oder zu dem Video mit Tipps gegen Kopfschmerzen. Also vorher lüften, was trinken, vorher gegessen haben, man sollte gesund sein. Also Sachen können für Anfänger echt wichtig sein. Mir macht es mittlerweile nichts mehr aus, morgens nach dem Aufstehen um neun, noch nicht mal was gefrühstückt, ein Köpfchen zu rauchen, das geht bei mir nicht mehr im Kopf, ich bin das schon komplett gewohnt. Aber für Anfänger, wenn du denen morgens um neun Uhr ein Köpfchen geben würdest, schön mit Smokebox, Vollkontakt, ey, ich sag dir, die rauchen eine Viertelstunde mit und danach ist Game Over, dann liegen die erstmal wieder auf der Couch und im Bett. Aber das ist so ein Ding, das müsst ihr auch für euch herausfinden, es wird wahrscheinlich Tabaksorten geben für euch persönlich, die euch besser bekommen und andere, die euch vielleicht eher zu Kopf steigen. Aber pauschal gesagt, je heller der Tabak, desto besser für Anfänger und da würde mir eben vor allem Almasiva, Nameless, Holster und Co. in den Kopf kommen, die einfach einen sehr, sehr hellen und sehr, sehr nikotinarmen Tabak haben. Nichtsdestotrotz, Leute, in Tabak ist Nikotin und Nikotin ist sehr, sehr krass suchterregend. Ihr werdet vielleicht irgendwann das Gefühl bekommen, dass ihr Bock habt, eine Pfeife zu rauchen. Das ist vielleicht nicht mal so eine intrinsische Motivation, sondern einfach nur euer Gehirn, das langsam wieder sagt, Bruder, ich hätte ja gerne mal wieder eine Dosis Nikotin, mach mal jetzt ein Pfeifchen an. Und wenn ihr dann eine Pfeife anmacht, dieses nice Gefühl ist nur eure befriedigte Nikotinsucht. Ich sage nicht, dass es ein Objekt ist oder ein Genießer-Ding ist, so abends beim Film auch noch schön ein Pfeifchen an. Ich brauche ja selbst jeden Tag. Also ich bin vielleicht sogar die falsche Person, um sowas glaubwürdig rüberzubringen. Just saying, seid euch darüber bewusst, es ist Nikotin drin und Nikotin ist krass suchterregend. Wenn ihr da keinen Bock drauf habt, gibt es viele gute Alternativen. Es gibt Steine, es gibt Paste, es gibt getrocknetes Obst, das eingelegt ist. Also es gibt sehr, sehr viele nikotinfreie Alternativen. Wenn ich die rauche, kommt bei mir kein Nikotin an und mein Körper sagt mir so, Digga, rauch mal eine gescheite Pfeife. Aber für einen Anfänger können das sehr, sehr gute Alternativen sein. Also wenn ihr Angst habt vor einer Nikotinsucht, dann lieber zu nikotinfreien Ersatzprodukten kaufen, wie zum Beispiel Paste, Steine, Fruca und Co. Alles sehr, sehr nice Alternativen, um kein Nikotin zu haben. Noch ein anderer Tipp, der sehr wichtig ist, den ich vorhin schon kurz angeschnitten habe, ist das richtige Setup. Wie gesagt, Leute, klar, es ist immer geil, eine schöne Pfeife zu haben, die eindrucksvoll ist, die euch besonders gut gefällt. Aber mein Tipp, wenn ihr gerade anfangt, ist auf jeden Fall, holt euch lieber eine Pfeife, die günstig, aber dafür gut ist. Ja, zum Beispiel eine Einsteiger Amy, die gibt es teilweise für 30, 40 Euro in einem Komplettset auf Amazon. Ich habe da auch ein paar Links unten in der Videobeschreibung. Oder auch eine sehr krasse Empfehlung, auf jeden Fall die Aladin MVP Reihe mit Code SWG10 bekommt ihr da bei Shisha Union auch 10% Rabatt. Die günstigste MVP ist die 360, die kostet normal 80 Euro in einem Komplettset für eine Edelstahlpfeife. Und das ist nice, weil die langlebiger sind, einfacher zu reinigen sind und einfach ein bisschen besser von der Qualität sind, pauschal gesagt. Die bekommt ihr dann mit SWG10 für 72 Euro in einem Komplettset. Das heißt, es ist ein Kopf dabei, ein Kaminaufsatz dabei, eine Zange, ein Schlauch, eine Feder, ein Mundstück. Und dafür ist das schon ein sehr, sehr geiles Set. Aber Leute, Riesenschautout nochmal an den Kopf. Überlegt euch gut, was ihr euch da holt. Gebt lieber ein paar Euro mehr aus, weil dieses Ding hier entscheidet, ob das alles und diese ganze Experience, dieses ganze entspannte Pfeife-Rauchen auch wirklich ein entspanntes Pfeife-Rauchen wird. Oder ob ihr ewig da sitzt und ah, die Kohle muss wieder einen Millimeter raus und scheiße, das war wieder zu viel und ach, jetzt ist es wieder angebrannt, Dreck, kein Bock mehr. Sehr, sehr wichtig, Leute. Holt euch erstmal ein gescheites Setup. Abschließend jetzt noch ein paar Tipps für sehr, sehr wichtige Videos, die ich habe, die Hand in Hand mit diesem hier gehen. Das wären erstmal die vorher genannten Kopfbau-Videos, wo ich euch zeige, wie ihr verschiedene Köpfe baut oder wie ich sie gerne rauche. Perfekter Kopfbau ist immer eine persönliche Sache. So wie ich meine Köpfe rauche, tauchen sie euch vielleicht nicht. Vielleicht aber auch schon. Ein anderes wichtiges Video ist auf jeden Fall mein Tabakempfehlungsvideo. Ich habe ein Top-10-Video gemacht, wo ich einfach ganz subjektiv erzähle, welche Tabaksorten ich momentan am liebsten rauche. Könnt ihr euch vielleicht mal durchgucken. Vielleicht merkt ihr, wir haben ungefähr denselben Geschmack oder so und dann könnte das ja was für euch sein. Anderes wichtiges Video sind auf jeden Fall die Pfeifenempfehlungen. Ich habe ein Video gemacht für Pfeifenempfehlungen unter 100 Euro und eins unter 200 Euro. Je nach eurem Budget könnt ihr die gerne mal durchgucken. Und der eben so oft genannte Kopf habe ich auch extra ein Video, die vier Köpfe, die meiner Meinung nach jeder braucht. Einer, der da fehlt, ist ein Kopf für einen Kaminaufsatz. Ich rauche einfach nicht mehr gerne so. Es ist mir nicht intensiv genug, sowohl vom Rauch als auch vom Geschmack. Kann aber für Anfänger sogar ganz nice sein mit Kamin, weil es einfach sehr, sehr leicht zu rauchen ist. Es ist sehr, sehr wenig Nikotin, das wirklich in euren Körper übergeht. Deswegen, so Kals Apo und Kamin Set sehr nice für Anfänger, absolut für mich mittlerweile nichts mehr. Ich rauche lieber mit einem Funnel und einer Smokebox, aber das Kopf-Empfehlungsvideo auf jeden Fall auch sehr, sehr nice. Wenn ihr euch jetzt noch fragt, was brauche ich denn noch alles so, was kann ich mir denn alles noch so holen, was irgendwie das Shisha-Erlebnis ein bisschen nicer macht, da habe ich noch ein Zubehör-Empfehlungsvideo, wo ich einfach mal so durchgehe, was man alles so daheim haben sollte, wenn man Pfeife rauchen will, was einem das Leben erleichtert oder vielleicht noch ein bisschen besser machen kann. Das waren meine Anfängertipps. Es gibt mit Sicherheit noch viele andere. Wenn ihr noch ganz wichtig habt, auf jeden Fall unten in die Kommentare schreiben, ansonsten gerne einen Daumen nach oben da lassen, sehr, sehr gerne ein Abo da lassen, Leute, gerade wenn ihr neu seid. Ich hoffe, ich habe viele Videos, die euch das Pfeife-Rauchen ein bisschen erleichtern oder verbessern. Sehr, sehr gerne noch ein Abo da lassen und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut, eure Shisha-WG.